So, ich möchte ihn besiegen. Das ist mein großes Ziel. So, ich möchte ihn jetzt noch nicht mehr an. Oh. 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 Okay. Oh. Oh. Okay. Oh. 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 von den Toten zurück. Das stimmt allerdings ein bisschen. Das gibt's nicht. Na gut, nochmal übernehmen sich drum. Der Waldläufer! Okay. Okay. Was ist das richtig? Du stehst man da nur im Weg herum? Oh! Nein! Nein! Ja! Na ja, schlecht für dich. Wusstest du, was die von dir erschaffenen Ringe der Macht mit den Menschen machen würden, die sie trugen? Ich erkannte nicht, wie leicht der Mensch von Macht zerfressen wird. Halte den Sklaven auf! Gleich stirbst du! Geht bitte! Sehr schön! Du musst verstehen! Wir waren so hungrig! Ist es falsch, seine Familie ernähren zu wollen? Bitte hilf uns! So! So! Und wenn sie da waren? P писate. Schiff? Schiff? Noch was. Gäste. Die Eltern. Ich werde nicht in der Mitte, die sind. Du hast nicht in der Mitte, oder? Ja, ja. Okay, das werden wir nicht schaffen ohne... Nein, wir werden das aber nicht schaffen... Okay, das wird jetzt ein Zeitmasch. Ich schaffe mich das wirklich zu Fuß. 50 Sekunden. Ich sehe... Ich wollte so wie. Ich wüsste wie. Aber selbst mit dem wird schwierig. Wir haben es geschafft. So schon. So. 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 Oh mein Gott. So. 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 Das weiß ich nicht, aber wir gehen nochmal dorthin. Okay, gut. So. 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 Ich sehe den Sternenmond, das Ithildin, siehe die Steine aus, halbvergessener oder halb erinnert. Na gut, das ist sehr gut, dass du das sieht. Aber ich glaube, wir werden es auch hier beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.